Endlich mal, ey. Koko ist es ja drei. Oh, der hat gesessen. Verabschieden wir uns mit einem großen Knall. Äh, oder auch nicht. Das finde ich jetzt gerade so gar nicht so cool. Ich dachte, wir verändern das jetzt hier mit einem sehr großen Knall. Was ist denn mit dem Big Bang Attack? Finisher? Come on. Ich finde, dass er stirbt. Oh, mein Gott. Es ist mir so klar, dass jetzt womit irgendwas Ekliges kommt von ihm. Finisher, oh, super. Oh, mein Gott. Ich weiß gar nicht, wie gut sich das gerade anfühlt. Oh, mein Gott. Ah. Ich glaube, es ist scheißegal, wie du es schaffst. Hauptsache, du schaffst es. Weiter. Weiter. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Was hat der vor, Alter? So typisch Dragon Ball. Wieso klar, dass ich sterbe? Und dadurch Goku kaputt ist. Genau. Wahrscheinlich werfe ich gleich einfach nur so ein Speer und das war's dann. Okay, ich weiß jetzt gleich, was jetzt passiert. Ein Polarlicht. Was ist der Raum von Geist und Zeit? Wo bin ich? Eine Rolle? Wahrscheinlich die Rolle von... Ob jetzt alles passiert ist. Komm ich mir jetzt selber zu Hilfe? Okay, das haben wir schon gesehen. Ich komme jetzt ohne Scheiße selber zu Hilfe. Das könnte sehr lustig werden. Aber guck, das muss dann auch der letzte Fight sein, Alter. Ich meine, jetzt sehen wir es schon zum dritten Mal. Was passiert jetzt? Habe mich? So, ich habe jetzt also meine eigene Geschichte betreten. Okay, kranker Scheiß. Okay, kranker Scheiß. Ich glaube, oder? Ich habe immer nur die Ich würde es nur noch ein sein. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich versteh nicht, was er da gerade macht, aber... Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das war's für heute. 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 Das war's für heute.